Willkommen zum Surgeon Simulator, der ein bisschen laut zum Hintergrund hat. Ich glaube, ich hörte ihn nur laut und jetzt nimmt er meine Mausklicks, den wieder an. Ich habe ihn gerade schon probiert und da hat er immer einen Mausklick und will nicht mehr angenommen. Ja, I'll be a lower hand, rotate him, ja, ja, space, mhm, ok, ja, mhm. Die Tasten-Compice ist einfach. Ich muss nur probieren, Sachen zu greifen. Finger, wum, 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 ja, ok, und weiter runter und greifen und, äh, höher und ziehen. Oh, nee, Arm nicht verdrehen, das ist spielster, ein bisschen sehr merkwürdig manchmal. So, und weg damit. Am besten, äh, ich soll die Herz-OP machen, ja, Herz-OP hast du ganz töd oder was? Äh, ähm, jetzt kann man den Boden, ja, mhm. Oh, den Hammer. Boah, wenn ich ihn jetzt kriegen würde, um alle Teil hinzugreifen. Und dann hochgehen. Wie kann ich denn mit dem was machen? Wie kann ich jetzt? Also, dann wird's los. Aua, mit dem kleinen Finger. Ähm. Was geht denn? Hm. Bestimmt so aus dem Handgelenk, so. Wow. Ich greif dir doch mal lieber nur jetzt. Nee, achso, ich dachte, er würde meine Hand klären. Okay, probieren wir ein anderes Werkzeug. Spritze. Immer sehr beliebt. Äh, so. Und greifen. Und... Und nochmal. Also, es ist diese Hand, die funktionieren einfach diese Störungsgeschalt. Oder ich. Scherp! Geht er automatisch das runter? Nein, runter geh damit. Ach. Reingebohrt. Au, er verdMPle都是. Oh. Ist das Zeit oder so? Ach, Time. Da oben ist mehr Zeit. Zwei Minuten. Ey, guck, weiß nicht, ob mein Augenblick aufnehmen ist, ja. Perfekt hier. Rausziehen. Der verliert weiter Blut. Hab ich in sein Herz gestoppt oder was? Oh, eine Säge. Und greifen. Ja, Mann. Hoch. Drehen. Links. Wie sieht man denn hier? Ja, erstmal angucken. Ja, ist gut. Ja, ist okay, ist so. Au, au, au. Ich musste sein Herz hier rauskriegen. Äh, äh, links, rechts, links, nicht zu schnell, äh. Oh, und. Der hat, der hat, der verdient Blut einfach. Und das liegt. Schm, schm. Ich hab auch hier im Kanargeld aufgenommen. Ich hab das mit dem Mikro. Das liegt mich auch einfach. Ich säg hier das gerade so durch. Komm. Was war das gerade? Das ist eine Lunge? Ah, ich muss das Herz rauskriegen. Vor. Äh. 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 Greift er nicht mehr richtig. Jetzt hat er sich da greifen. Nicht richtig. Ja, loslassen. Ich muss da reingreifen. Und. 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 Komm, ich ziehe was draus. Und. Ah. Der stirbt doch gleich. Ich hab doch sein Herz jetzt frei... Nein, nein, nein. Er stirbt, oder? Er stirbt dann nicht. Oh. Ich hab den noch nicht ermordelt. Tss. Als er nicht mehr ermordet hätte, Leute, ne? Ja. Wir sehen uns gleich bei irgendeinem anderen Spiel. Morgen, übermorgen, irgendwann. Äh. Ja. Und hier wird es frei. Naja. Bis dann. Tschau. 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 Tss. 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 das ist auch eine Minute später oder so Survival Games 4 auch bei Variety ich versuche einfach gleich mal in die Mitte zu laufen um mir was zu holen ja da sagen wieder ganz viele gleich einfach das hacken würden und und los ok ich bekomme nichts in Survival Games 4 habe ich glaube ich in der Mitte fast nie was bekommen das ist wirklich ein Fluch auf dieser würde ich jetzt sagen also mir wurde auch geraten also wegen dem Mikrofon dass ich einfach Musik hinterlegen sollte aber das fand ich jetzt nicht so toll besonders weil es ja auch rechtlich geschützte Werke liebt und so oh ein TNT das freut mich aber und kommen wir mal gleich ein Steinschwert und das ist doch super da oben die Kiste die hole ich mir jetzt nicht aber ich laufe erst mal zum das sind zwei Kisten oben das sind drei Kisten ähm ich weiß nicht soll ich mir die holen oder ist da schon einer oben weil sonst hole ich mir die jetzt einfach ich brauch etwas lauter als äh Dings wahrscheinlich als noch Survival Sonntag weil ich einfach gerade äh allein zu Hause bin und ein bisschen die Kisten ist leer hier war schon einer obwohl es gerade war die Gebiete also weil es ist doch wohl das Kilo noch nicht lang läuft äh ich hasse es mich hier oben zu halten ne man muss hier lang und schnell außerhand und Käse essen die Kisten sind leer das heißt die ist schon direkt an einer lang gelaufen vielleicht ist er runtergefallen wer weiß da ist einer da ist einer der fikt runter RAMSAY und laut laut hab ich schon ja Ja hab ich schon Ich hatte ein Steinschwert, das war ein Vorteil, jetzt habe ich noch seinen Bogen. Also das ist schonmal gut rumgucken. Mal gucken, er hat einen Helm gehabt, er hat, ich weiß nicht, das Goldding ist besser. Ne, ist gleich gut. Schüssel und eine Abspruchsuppe. Dann noch ein Steinschwert, drei Pfeile mit dem Bogen, Steinschwert nach vorne, oben, TTS nach unten, fertig. Und weiter, Kiste. Was habe ich zur Zeit? Schau, Schale, ich brauche eine Hose und so, ne? Keine Hose. Also schon, aber nicht. Jetzt aber, wir gäbe es mal eine Hose. Okay, jetzt, ja. Hier war auch schon jemand. Okay, aber die Chancen stehen jetzt gar nicht schlecht für mich eigentlich. Ich sollte wieder was essen eigentlich. Mal so. Und ich hätte mich eigentlich überfressen können. Ich überfresse mich jetzt. Ich weiß gar nicht, ich glaube das. Ich weiß nicht, wie man sich überfressen kann. Und da jetzt sowas war, dass man sich überfressen kann, einfach hier oben die Dinger essen. Habe ich da eine Gifte gesehen? Oh ne, jetzt bin ich vergiftet. Ah, nur von Glücklich kann man vergiftet werden, ne? Das war jetzt dumm. Das war echt dumm. Jetzt will ich Hunger. Wie lange geht das 17 Sekunden? Nicht bewegen, weil sonst verlierst du richtig viel Nummer. Wenn man sich nicht da trägt, aber man darf dabei... Obst die Kiste. Man darf sich dabei nicht bewegen, dann geht es auch... Man verliert man auch nicht so viel, beziehungsweise gar nichts. So, jetzt ist es weg und nichts verloren. Ist hier noch irgendeine Gifte? Ne, hier ist auch kein Gifte. Ja, es kam auch in letzter Zeit über das keine Videos, wo ich nochmal spreche. Ist nicht das Thema, wie man vorher gesehen wurde. Ähm, es kamen, ja, wie gesagt, keine Videos. Weil Mikro, weil PC, weil alles. Schrott irgendwie. Und... Ich hab jetzt morgenfrei, übermorgenfrei, übermorgenfrei, äh... Also die nächsten 5 Tage keine Schuhe. Ah, da kann ich nochmal drinnen. Wenn ich da zum Aufnehmen komme, wenn ich irgendwie noch mit anderen Kumpels da was mache und so... Dann kommt Video-Videos. Dann könnt ihr euch freuen. Ich überfresse mich jetzt einfach an dieser Suche. Es geht bestimmt. Das blödeste ist immer, man kriegt keine Pilze. Also, man kriegt keine Schüssel. Pilze sind hier eigentlich fast überall. Aber ich weiß wirklich nicht. Ja, das auch nicht. Ah... Hm... Ich mach meiner Meinung nach mal selbst Schaden, wenn ich das in die Hand nehme. Da war schon jemand dran. Oh... Jetzt hab ich meinen TET vergoldet. Das passiert mir immer. Ständig. Wenn ich auch von der Waffe weg wechsle auf das TNT. Aber ich weiß nicht warum ich auf das TNT wechsle. Wahrscheinlich weil... Ja... Warum darf man eigentlich keine Waffe in der Hand haben? Wahrscheinlich wird man, wenn man angegriffen wird, nicht schnell reagieren kann. Was ja eigentlich ein Nachteil ist. Also wenn man gut reagiert, schnell reagieren kann. Das ist ja ein Vorteil. Ist hier kein Dach. Ich hab schon gesehen. Okay... Ach... Soll ich das probieren in den Flughofen reinzukommen, ohne dass die Lava ausgelöst wird? Ich... Würde es ja sogar sagen. Ich meine... Niemand da ist... Final Deathmatch! Oh... Okay... Hm... Komm ich noch zum Enchantment Table? Ne... 60 Sekunden hab ich nur noch... Ich glaub hier ist kein Enchantment Table. Äh... Enchantment Table. Ich will den Crafting Ranch. Ja... 50 Sekunden vielleicht schaff ich das noch mal einen Entfanger rein. Oh... Oh... Gut... Das war jetzt wichtig. Das war glaub ich jetzt ein wichtiges... Das war eine wichtige Kiste. Hier war niemand? Okay... Da war jemand. Aber das wird ja auch oft einfach so ausgelöst, ohne dass da wirklich jemand drin ist. Okay... 30 Sekunden... Ähm... Ich kann mein Dings jetzt ja nicht... Mein... Ich hab ja aber volles... 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 Volles Anzeige. Ja... Okay... Ich könnte jetzt theoretisch noch hoffen, dass hier was drin ist, was gut ist. Ey... Lose... TNT... Fisch... B... Nein... Was war das? Was war das? Nein... Ich stand direkt am Rand... Nein... Oh... Das war jetzt dumm... Das war jetzt dumm... Ja... Bis zum nächsten Mal... Äh... Da hoffe ich besser... Das war jetzt... Das war jetzt dumm... Ich hätte erst TT platzieren wollen... Ich wollte rückwärts laufen... Aber ich stand an der falschen Kante... Ja... Bis zum nächsten Mal, ne... Tschüss... Scheiße...